Liebe Stilers-Lehrer, die Stilers sind im DEL und Hartmut Engler hat sein Gespräch nicht wahrgemacht. Er hat eine Song für die Stadt und für die Stilers geschrieben. Ich freue mich, Hartmut, dass du deinen Gespräch nicht wahrgemacht hast. Alle sind sehr gespannt. Ich hoffe, dass auch oben so der Rest rauskommt und es alle erleben können, was jetzt hier gleich passiert. Unterstützen wir uns beim Song, der Text von Kommen, die ihr könntet sind und Hartmut von dir und Caronne und deiner Gänze. Also ich bin seit den 90er Jahren hier live bei den Stilers mit dabei schon in der Altenhalle. Ich habe viel Spaß, viel tolle Erlebnisse mit Freunden, tolle Abende gehabt mit einem unglaublich geilen und schnellen Sport. Und freue mich, dass wir jetzt in Wiedsland eine DEL-Mannschaft haben wollen. Und ich habe mein Versprechen wahnsinnig gern eingelöst. Wäre es mir natürlich total rechtlich, dass euch das ganze, das kleine Berg gefallen würde. Und wir es als Wiedler dabei gemeinsam treffen. Okay, dann viel Spaß. Wir lösen jetzt ab. Licht aus. Musik an. Hier, wo die Kuh auf einer Milchkanne steht. Hier, wo man durch Beton und Pferde umgeht. Hier, wo man feiert und so wie ein Druck. Hier, wo man macht eine Eingezweite und Druck. Hier. Hier, ja, hier, wo der deutsche Rettkurt. Hier, ja, hier, wo der deutsche Kommt tot. Hier, ja, hier, wo man verliebt. Hier, wo ich den grandiosen Stil ertrieb. Hier, wo man auf einer Milchkanne steht. Sind mein Verein, unsere Kleiderste, macht die großen Dank, Stil, es bietet kein, ja, das ist mein Verein, SCB, SCB, ich lieb dich, man bietet kein, es ist, sind mein Verein, unsere Kleiderste, macht die großen Dank, Stil, es bietet kein, ja, das ist mein Verein, SCB, 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 SCB! Vielen Dank.